Wer sich mit dem Fahrrad auf den Münchsweg begibt, der folgt einer jahrhundertealten Tradition, er pilgert und zwar auf ganz moderne Art. Pilgern heißt, sich mit Leib und Seele auf den Weg zu machen, bedeutet Bewegung für Körper und Geist. Und da die Umgebung auch noch reizvolle Bilder bietet, ist Radpilgern auf dem Münchsweg eine wunderbare Erholung. Etwa an den Deichen der Stör, dort wo auch die ersten Missionare Schleswig-Holsteins landeten. Dicke Brocken fanden sie vor, etwa in Form des sogenannten Teufelssteines vor der Kirche in Stellau. Der Sage nach wollte der Teufel den Bau dieser Feldsteinkirche verhindern und schleuderte deshalb mit dem Strumpfband seiner Großmutter den Feldstein auf das Gotteshaus. Verfehlte es aber. Der Teufel habe damals in Mönklo gehaust, heißt es. An der dortigen ökumenischen Waldkapelle ist von ihm heute allerdings, Gott sei Dank, nichts mehr zu sehen. Der Münchsweg verbindet Glückstadt an der Elbe mit der Ostseeinsel Fehmarn. Der Radfernwanderweg ist 342 Kilometer lang und führt von West nach Ost durch insgesamt vier Landkreise. Der Landkreis Segeberg zum Beispiel wartet neben Klöstern und Kirchen auch mit weltlichen Vergnügungen auf, etwa dem Wildpark Ekold. Auf fast 70 Hektar Naturfläche bekommt der Pilger über 100 heimische Wildtierarten zu sehen und somit Gottes Schöpfung zum Greifen nah. Abgeschieden vom weltlichen Treiben warten die Mönche vom Benediktinerkloster Nütschau auf ihre Gäste. Gegründet wurde das Kloster erst 1951. Das Haus St. Ansgar, benannt nach dem Apostel des Nordens, steht Menschen aller Konfessionen offen. Hier finden die Radpilger nicht nur echte Mönche, sondern auch Ruhe und Harmonie sowie seelsorgerischen Beistand. In der hügeligen Seenlandschaft der holsteinischen Schweiz wartet nach manch einer Steigung die spätromanische St. Petrikirche in Bosau. Deutlicher als hier lässt sich Missionarsgeschichte kaum erfahren. Von Bosau aus begann Bischof Vizelin 1151 mit der Missionierung Ostholsteins. Die nach dem Apostel Petrus benannte Kirche zählt zu den ältesten Schleswig-Holsteins. Bereits über den Friedhof lässt sich ein erster Blick über den großen Plöner See erhaschen. Eine wahre Oase, dessen Wasserreichtum schon einst die heidnischen Slaven zu schätzen wussten. Mit der Antje geht es dann samt Fahrrad über den See. Und während der Schiffsdiesel ausnahmsweise statt der eigenen Waden das Vorwärtskommen übernimmt und der erfrischende Wind über die Reling weht, taucht am anderen Ufer das Plöner Schloss auf. Hier wurden schon die Söhne Kaiser Wilhelms II. in wunderbarer Umgebung erzogen. Vorbei an beeindruckenden Schlössern, alten Kirchen und malerischen Gutshöfen führt der Mönchsweg von Westen nach Ost durch Gottes wunderbare Natur und folgt damit den Wegen der ersten Christen im Mittelalter. Und der Mönchsweg führt auch zu solch ungewöhnlichen Orten wie dieser alten Eiche, dem weltweit einzigen Baum mit eigener Postadresse, die sogenannte Bräutigamseiche. Einst keltisches Heiligtum wurde diese Eiche zum Versteck heimlicher Liebesbriefe, die im 19. Jahrhundert eine erste Ehe stiftete. Noch heute bringt der Postbote Briefe aus aller Welt. Das Postgeheimnis gilt hier übrigens ausdrücklich nicht. Dieser Strand gehörte einst den Mönchen vom benachbarten Kloster Zisma. Heute ist Grömitz ein liebter Badeort, der sogar einen FKK-Strand zu bieten hat. Vor allem bietet Grömitz aber eine Erfrischung für müde Radpilgerfüße in der Ostsee. Im holsteinischen Oldenburg schließlich steht die älteste Backsteinkirche Nordeuropas, St. Johannes aus dem Jahr 1160. Bis zu ihrem Bau war Starigrad, die alte Burg, sprich Oldenburg, zwei Jahrhunderte lang Bischofssitz, gegründet auf den alten Heiligtümern der Slaven. Das benachbarte Wallmuseum erzählt dann auch in beeindruckender Weise diese Geschichte mit originalgetreuen Nachbauten. Hier erschließen sich dem Radfahrer die Welt der Slaven und ihre Kämpfe gegen die ersten Christen Schleswig-Holsteins, die Mission Vizellins des Bischofs von Holstein sowie die Zeugnisse der ersten Christen Norddeutschlands. Nun nähert sich der Mönchsweg seinem Ende. Nach über 300 Kilometern geht es über die Fehmarn-Sund-Brücke nach Fehmarn. Eigentlich müsste der Weg gen Norden weitergehen. Hier in Puttgarden unternahm St. Ansgar im Jahr 826 seine erste Missionarsreise nach Skandinavien. Der Mönchsweg, Pilgern auf den Pfaden historischer Botschaften ursprünglicher Religiosität. Ruhe und Einkehr, Spiritualität, Bewegung und Erholung. 342 Kilometer Pilgern auf dem Rad für Gott und sich selbst.